Der Jungen Union in Dresden erstmals offiziell Jamaika-Gespräche angekündigt. Man werde mit FDP und Grünen um die richtigen Antworten ringen. Die SPD sei auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig. Deshalb sollten keine Gedanken an eine Neuauflage der Großen Koalition verschwendet werden. Über einen Koalitionsvertrag werde ein Sonderparteitag der CDU entscheiden. In der Aussprache zu den Unionsverlusten äußerten viele Delegierte Kritik an Merkel. Die befürchteten größeren Proteste gegen Merkel blieben aus.